Hallo und herzlich Willkommen bei Juxaca Bow & Fun Company auf Sylt. Ich möchte mich kurz vorstellen mit der Schule, in der ihr eure Rohlinge zu fertigen Bögen bauen könnt vor Ort, wenn ihr mal auf Sylt seid. Wenn nicht, dann könnt ihr die natürlich auch nach Hause bestellen. Wir haben eigen produzierte Pfeile, Sehnen, Rohlinge aus Manau, Bögen aus Hickory, Aibe, Wacholder, alles was den traditionellen Bereich bedient und versuchen damit euch glücklich zu machen.